Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie und in diesem Video zeige ich dir, wie wir bei Contao 4 Erweiterungen installieren können. Zunächst einmal, wenn wir hier in eine neue Installation kommen, in dem Fall habe ich eine Contao 4.3 installiert und zwar ganz wichtig in der Managed Edition. Wenn man das einfach von contao.org lädt, bekommt man automatisch die Managed Edition, ansonsten bei GitHub muss man darauf achten, dass man eben die Managed Edition verwendet. Wenn ich jetzt ins Backend gehe, dann wird man schnell feststellen, dass es hier weder eine Erweiterungsverwaltung noch eine Paketverwaltung gibt. Das liegt einfach daran, dass die grafische Oberfläche für die Erweiterungsverwaltung noch nicht fertig ist. Die neue Erweiterungsverwaltung in der grafischen Oberfläche wird es vermutlich zur Konferenz 2017 geben. Okay, wie kann man aber jetzt Erweiterungen in Contao 4.3 installieren? Dazu benötigen wir einen Zugriff auf den Server über SSH. Dazu gibt es für Windows zum Beispiel das Tool Putty und für Mac kann man direkt die Konsole verwenden. Wenn man jetzt Konsole hört, sollte man nicht gleich Angst bekommen. Das Ganze funktioniert relativ einfach, wenn man sich ein paar Befehle merkt. Zunächst einmal wählt man sich auf den Server ein. Dazu bekommt man von seinem Hosting-Anbieter eben die entsprechenden Daten. Und wenn ich dann auf der Konsole bin, dann wechsle ich in mein Contao-Verzeichnis, also in meine Contao-4-Installation. Das Wechseln der Verzeichnisse funktioniert mit dem Befehl CD. Und wenn ich den Befehl LS tippe, dann sehe ich, wo ich auch bin. Also die blauen in meinem Fall sind die Verzeichnisse und die weißen sind die Dateien. Der nächste Schritt ist, ich muss jetzt mit dem Composer arbeiten und um eben Erweiterung zu installieren, muss dieser Composer auf dem Server installiert sein. In meinem Fall ist das nicht. Das heißt, ich werde jetzt den Composer manuell zunächst in meine Installation ziehen. Auf getcomposer.org, schräger Download, kann ich den Composer herunterladen. Hier gibt es eine Installationsroutine. Die sollte man aber hauptsächlich dann verwenden, wenn man das eben komplett auf dem Server installieren möchte. In meinem Fall möchte ich das nur für Contao nutzen. Und deswegen lade ich mir hier unten den manuellen Download herunter in Form von der Version. In dem Fall am besten mit dem Latest Snapshot. Ich kann also jetzt hier das Ganze anklicken, herunterladen und per FTP hochladen. Oder alternativ, ich klicke hier auf Adresse des Links kopieren und lade mir das direkt auf den Server und zwar mit dem Befehl wget. Füge dann das in die Zwischenablage ein und drücke Enter. Das heißt, das Ding wird jetzt heruntergeladen und wenn ich jetzt ls mache, dann habe ich jetzt eine Datei und zwar nennt sich die Composer.var. Die lege ich im Root-Verzeichnis meiner Contao-Installation ab. Dann muss ich wissen, wie kann ich diesen Composer benutzen. Den Composer kann ich ebenfalls mit bestimmten Befehlen verwenden. In meinem Fall muss ich die PHP-Version davor schreiben. Also bei manchen Hostern reicht, wenn ich hier einfach PHP mache. Wenn ich das eben nicht weiß, wie das aussieht bei den Hostern kann ich auch mal nachfragen. Aber ansonsten drücke ich zweimal die Tab-Taste und in dem Fall sehe ich dann zig verschiedene PHP-Versionen. In meinem Fall nehme ich eben die Version 5. Das heißt, ich mache hier jetzt 5 und dann Bindestrich 5.6 Latest CLI. Das wäre jetzt bei mir die PHP-Version 5.6 in der aktuellsten Version. Und CLI bedeutet quasi Command-Line-Interface. Also sprich, ich arbeite über die Kommandozeile. Bei anderen Hostern kann es ausreichen, dass man hier nur PHP 5 eingibt oder PHP 7 oder wie auch immer. Also man muss eben das ausprobieren oder sonst beim Support kurz nachfragen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich eben diese Composer.Fahrdatei eintippe. Und jetzt geht es schon los, dass ich jetzt im nächsten Schritt dementsprechend einen Befehl benötige. Wenn ich das nicht mache, das können wir jetzt mal machen, ich schicke das Ganze ab, dann sehen wir hier jetzt die Befehle, die dieser Composer unterstützt. Das sind jetzt relativ viele, aber für unsere Zwecke brauchen wir eigentlich nur zwei Befehle, die wir uns am Anfang merken müssen. Der erste Befehl, den wir brauchen, ist der Search-Befehl. Mit dem kann ich Pakete suchen. Das heißt, wenn ich jetzt die Pfeiltaste nach oben drücke, kann ich den letzten Befehl nochmal aufrufen. Und ich könne hier jetzt typen, Search. Und wir suchen zum Beispiel die Cookie Bar. Wir sehen jetzt schon, der Composer liefert mir sowohl Contao als auch nicht Contao-Pakete zurück. In dem Fall finden wir die Contao-Cookie Bar. Das heißt, das funktioniert eben für Contao. Und ich muss mir jetzt diesen Namen merken. Alternativ, wenn mir das mit der Kommandozeile nicht geläufig ist oder nicht gefällt, dann gehe ich auf Packagist.org und gebe hier einfach in die Suche Cookie Bar ein. Am besten noch Contao. Und dann sehen wir auch hier, bekommen wir das Ergebnis Codefog Contao-Cookie Bar. Ich klicke die Cookie Bar an und hier bekommen wir auch weitere Informationen. Woher weiß ich jetzt, ob eben diese Erweiterung mit Contao 4 kompatibel ist? Möglichkeit 1, ich probiere es einfach aus und schaue, ob eine Fehlinmeldung kommt. Oder Möglichkeit 2, ich schaue hier bei Requires. Und wenn ich hier bei Requires sehe Contao-Core-Bundle und dann hier hinten so einen doppelten Strich und dann eben Version 4 irgendetwas. Und zusätzlich Contao-Community-Composer-Plugin und hier in der Version 3. Dann kann ich relativ sicher sein, dass die automatische Installation problemlos durchläuft. Wenn ich jetzt Erweiterungen habe, die das noch nicht haben, dann funktioniert in der Regel das auch nicht automatisch bei Contao 4. Also wir können jetzt zum Beispiel die Cookie Bar installieren oder ich kann zum Beispiel mal schauen bei Terminal 42. Auch bei Terminal 42 haben wir hier die Unterstützung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Notification Center nehme, sehen wir auch hier Core Bundle, Version 4.1 und eben das Composer-Plugin in der Version 2.4 oder 3.0. Damit kann ich eigentlich sicher sein, dass auch dieses Notification Center unter Contao 4 läuft. Wir sehen auch hier schon den Befehl, den ich benötige. Composer, Require und dann den Paketnamen. Das heißt, ich kopiere mir jetzt einfach gleich mal diesen Teil, diesen Require-Teil in die Zwischenablage und den Namen. Ich gehe zurück auf meine Konsole und wir installieren jetzt einfach mal dieses Notification Center. Das heißt, ich mache jetzt wieder den Pfeiltasten nach oben auf meiner Struktur und brauche jetzt den wichtigen Zusatz und zwar lautet der Require und dann den Paketnamen. Genau so, wie wir ihn auf Packages gefunden haben oder wie wir ihn mit diesem Search-Befehl gefunden haben. Anschließend drücke ich die Enter-Taste und das ganze System läuft los. Je nachdem, wie schnell die Server-Verbindung ist, kann das jetzt ein paar Sekunden dauern oder auch mal eine halbe Minute. Hier einfach etwas Geduld haben und abwarten. Ich spule jetzt im Video hier mal kurz vor, damit es etwas schneller geht. So, jetzt sehen wir, er installiert zum einen mal bestimmte Abhängigkeiten und jetzt sehen wir, dass dieser Schritt abgeschlossen ist. Im nächsten Schritt werde ich hier jetzt nochmal das Install-Tool aufrufen, also mit install.php. Nicht wie früher Contao-Install, sondern install.php. Und dann gebe ich hier mein Passwort ein. Und er wird hier mir jetzt anzeigen, dass eben Datenbank-Aktualisierungen nötig sind. Und genau das mache ich jetzt. Und er sagt, wunderbar, das hat geklappt. Ich gehe zurück ins Backend. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Notification Center einsatzbereit. Das heißt, ich kann hier eben auf Benachrichtigungen gehen und kann hier neue Benachrichtigungen anlegen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir Erweiterungen wieder deinstallieren? Das ist relativ einfach. Ich gehe wieder auf die Kommandozeile. Ich mache jetzt mal zum Beispiel wieder den Pfeil nach oben und suche mir zum Beispiel die Erweiterung raus, die ich hier jetzt deinstallieren möchte. Und dann nehme ich statt dem Befehl require, nehme ich den Befehl remove, drücke die Enter-Taste und in dem Fall wird die Erweiterung wieder deinstalliert. Das gleiche Spiel wie vorher. Er prüft die ganzen Abhängigkeiten. Das dauert wieder eine gewisse Zeit. Und wenn er das alles abgeprüft hat, wird eben diese Erweiterung wieder deinstalliert. Und nachdem jetzt die ganze Deinstallation hier abgeschlossen ist, muss ich natürlich wieder auf mein Install-Tool gehen, das Ganze neu laden und natürlich die Datenbank-Einstellung wieder aktualisieren. Das heißt, ich werfe natürlich jetzt die Cookie-Bar wieder weg. Das war jetzt die Installation von Contao 4 Erweiterungen über die Kommandozeile. Wenn das Ganze dann grafisch geht, zwar ab der Konferenz 2017, dann wird das Ganze über den sogenannten Contao Manager erledigt und man kommt wieder ohne Probleme, ohne in Berührung mit der Kommandozeile zu kommen, an seine Erweiterungen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du mehr über Contao 4 erfahren möchtest, dann besuche doch meine Webseite unter contao-academy.de-contao4 und trage deine E-Mail-Adresse ein und ich werde dich regelmäßig über Contao 4 und neue Videos informieren.